Ja, jetzt habe ich wieder 4 GB. Ja, 4 GB. Und die Sachsen-Anhalter sind nicht die Niedersachsen. Die Sachsen-Anhalter sind ein bisschen anders drauf. Nicht so polarisierend. Wir sind erst um 11 Uhr. Ja, Mann. Um 11 Uhr sind wir dann in Halberstadt. Aha, um 11 Uhr. Okay. Fahren wir mal in den Osten und gucken, wie es dem geht. Ich finde es gut, dass wir in den Osten fahren. Echt, ich bin alles ernst. Ein bisschen andere Menschen sehen, die nicht so komisch stecken. Wir haben genau das Gas. Ah, da geht es jetzt. 15 Uhr 4, könnten wir zurück. Ab Halberstadt. Ja. Aha. Ja. Moin. Moin. 3 Stunden fahren wir dann. Das ist Hannover. Mit einmal umsteigen. Mhm. Ja, so sind die Leute hier. Immer so ein bisschen. Ich habe heute Morgen gesagt, das ist jetzt wieder nicht richtig. Fandst du das freundlich? Ja, das fand ich freundlich. Ja, achte mal in Wismar dieses Jahr drauf, was freundlich ist. Ben Uwe, da sind sie auch nicht freundlich. Hör auf damit. 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 Natürlich nicht. Denkt sie überhaupt nicht, Mama. Ben Uwe. Ja. Hör auf damit. Hör auf damit. Absolut.